Was war das? Du bist voll davon! Luke kommt einfach mit seinem scheiß Quad auf mich zugefahren und mäht mich um. Alter, da war ein Gebüsch und du bist da einfach vorgelaufen. Da kann ich doch nichts mehr. Ach, bist du ein Mongo. What the fuck? Was seid ihr jetzt? Es ist nicht weit vom Spawn. Ja, Luke ist woanders. Ich bin nicht woanders, ich bin direkt hier nebendran. Moin. Ich hab das Quad umgedreht. Oh. Alter, das bremst ja gar nicht, Alter. Wie bremst man denn mit dem Scheißdring? Wie schifft? Ach so! Alter, ich bretter da einfach immer nur übergegen mit dem Ding. Alter, Luke fährt damit. Ja, das Ding ist auch krank, gell? Ich dreh mich um. Seh ich noch so panisch, dann legst du noch rechts links. Aber ganz ehrlich, das war so ein richtig saftiger Aufprall gerade, als ich dich... Oh! Oh! Ein Stein! Alter, hier kein Crashracing mit dem... BAM! BAM! Kein Crashracing, er dachte ich. Tokio Drift hier. Tokio Drift, ich geb dir gleich. Ja! Du bist zu früh angehalten. Alter, das ist doch so Dreh, das spielt mit. Warte! Ah! Du hast keins von den beiden getötet. Alter, da ist er aufgebrannt wie ein Stein. Hast du gedacht? Oh! 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 YOLO! What? Wo seid ihr denn? Fahr, Elu, fahr! Fahr doch um die Kurve, Junge! Oh Gott, wenn du willst! Luke hat uns, glaube ich, verloren. Das denkst du aber auch. Nur du! Wo seid ihr denn? Das denkst du aber auch nur du. Wo seid ihr denn? Ja, eben gerade hatte ich heute einen Hund. Hier seid ihr verschwunden. Ich bin hier direkt an so einer Düne. So, und genau in diesem Moment wende ich ein Bild ein, wo Elu unter seinem Schreibtisch sitzt und versucht, das der WC neu zu verkabeln. Was? Nein. Das Ding hüpft ja die ganze Zeit. Ich sehe Luke nicht. Ja, hier wart ihr doch gerade. Ich habe euch doch gerade hier gesehen mit dem Auto. Tja. Ich bin nahe des Schiffes, Leute. In der Wüste gibt es halt doch Fata Morgan. Hm, was ist das denn? Jo, hier ist so ein Raptor. Das ist ein Jedi der Wüste? Ja. Geilor, Jedi der Wüste. Der kommt zu uns. Ja, wo seid ihr denn? Ich will den auch sehen. Okay, ich bekämpfe den. Leute. Wo seid ihr denn? Seid ihr irgendwo nahe des Schiffs? Tiefett. Was du? Ich bin nahe des Schiffs, ja. Hab ich. Oh, Spuckviecher, Spuckviecher, Spuckviecher. Ich, äh, ich umrenne sie. Alter, noch mehr Spuckviecher. Oh, ich weiß nicht, wo ihr seid, ey. Also, du wirst doch wohl irgendwie des Dingens hören, die Schüsse, die wir gerade hier wegballern. Nö. Alter. Ich bin nahe am Schiff jetzt. Aber hier seid ihr denn? Ach, du Scheiße, hättest du noch mehr? Ja, ich hab hier das Auto. Komm. Hab alle. Oh, ich glaube, ich seh euch. Ja, da seid ihr. Hallo. Oh, Gott, ich dreh mich. Oh, warte, das Ding fährt rückwärts. Alter, ist das Ding scheiße, ey. Alter, das waren ja eigentlich falsch. Salto. Ich lieg auf dem Kopf. Okay, nicht mehr. Alter, jetzt warte doch einmal, ey. Das kommt mal ne Scheiße an. Na, komm. Ach, komm, wir sehen mal ne Zaun. Eier, das Ding dreht sich alle zwei Sekunden, als ob das so ein Flummi wäre. Seit wann dreht sich denn ein Flummi? Jetzt sag mal so, du hast doch die falschen Reifen drauf. Was sagt er mir jetzt? Dann hätte ich die vorher gewechselt. Na klar, du hast ja nicht mal dabei. Ah, ah. Oh, Gott. Wo soll ich denn denn jetzt sein? Oh, Alter. Hallo? Exzellente Landung. Seid ihr, wo seid ihr? Wir sind zu Hause. Ne, ne, du. Wo zu Hause? Ja, zu Hause. Bei unserer Base. Nein. Ich bin hier jetzt nahe an der Straße immer noch. Ja. Und wie rechts rum? Rechts, okay. Ich bin zurück auf der anderen Seite und fährt nochmal zurück. Rechts von der Straße weiterfahren, hast du gesagt, ne? Ja. Ja, da ist, ne, das ist ja doch nicht, das ist ein Stein. Da oben ist er, guck. Wo ist er? Da oben ist er doch gerade hochgefahren, sonst war er das nicht. Ne, ich glaube nicht. Ja, wir sollen rechts der Straße entlangfahren. Achso, ja, ich lieg auf dem Kopf, geht sowieso gerade nicht. Äh? Ich hab drei Minuten bis Kälte tot. Was? Da oben ist er. Hab ich doch gesagt, da ist er. Ach, da ist er, ja, okay. Guck! Was, Tim? Er hat sich gegen den Stein, fangt, gar nicht. Das ist, oh, da komme ich jetzt gegen den Baum. Das ist einfach nur behindertes Zeit. Okay, ich bin Geld, Kälte tot, Leute, wo seid ihr? Leicht rechts. Nichts. Gar auf der Straße fährt das Ding richtig gut, Leute. Ramdadadadadam. Ja. Ramdadadadadamjam? Ja. Aha. 44 Sekunden bis Kälte tot. Jetzt sind es auf einmal 8. Alter! Jetzt sind es auf einmal. Jetzt sind es auf einmal 93. Luke, hör auf. Ja, ich kann nichts dafür, dass die Gelenktier halt überhaupt nicht. Ja, ich kann nichts dafür, genau. Tut mir halt echt leid, aber... Boah, zum Glück liegt da Kohle drin. Fuck, Ola. Lufthupe. Oh. Was ist das? Was ist das denn? Luke, komm her, komm, stell dich vor mich. Mäuschen. Mäuschen, stell dich vor mich, komm. Warte. Wie kann ich denn? Kann ich mir irgendwie umgucken, ohne meinen Charakter zu... Ja, das versuche ich auch gerade. Ich will das eigentlich gerade sehen, aber irgendwie geht das nicht. Oh, warte, 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 warte. Mäuschen. Das verhindert, Alter. Oh, Gott, ey. Oh, Gott. Alter. ich habe die stripperstrange gemacht warte geht das nur senkrecht bisschen schief aber das geht hier rock jetzt können wir da richtig abgehen hier dran in hübingen ich mache noch eine zweite oh ja stimmt ja ich habe immer noch ein speer so gefährlich habe ich ja auch mein freund ja ich aber auch aber ist ja was luke ja für deinem wurf hält mal eins aus aber nicht wenn ich der kopf treffe ich verstecke mich hinter rocki ich habe jetzt gerade was gegessen das kannst du machen wenn ich wieder haben die manche was ein bisschen merkwürdig was macht man auf dazu noch mal zu machen wir zu hatte gleich mach mal auf mach mal zu mach mal auf ich bin fast tot schon wieder das fein warte rocki rocki was denn ob das was wir davor haben funktioniert und wir illu irgendwie in die falle locken können das seht ihr in der nächsten folge von hurtworld ich würde mich auf jeden fall über einen kommentar oder eine bewertung freuen und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder auf wiedersehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Vielen Dank.